Hallo liebe Freunde, ich bin Luba von Kalinkas Küche. Und ich bin Alina von Lina & Family. Der Zauber von Weihnachten ist etwas ganz Besonderes und hebt sich vom Rest des Jahres ab. Genießen Sie diese einzigartige Jahreszeit und machen Sie das, was euch glücklich macht. Mich persönlich macht glücklich in dieser Jahreszeit, wenn wir alle zusammen mit unserer großen Familie sitzen alle an einem Tisch und können unterhalten miteinander, reden und sprechen, was im ganzen Jahr passiert. Weil der Alltag uns Menschen frisst einfach auf. Und diese Weihnachtszeit können wir das alles nachholen und alles wieder richtig machen. Und wir wünschen euch von ganzem Herzen frohe Weihnachten mit eurer Familie und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir wünschen euch alles Gute und bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Tschüss! 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 Tschüss!